Ich wünsche mir und hoffe, dass wir damit alle etwas Gutes für unsere Kinder tun. Macht mit, kauft ein Bild, ihr unterstützt die Kinder, es ist für etwas ganz, ganz Tolles. Das Geld ist ausschließlich für einen guten Zweck, also seien Sie dabei. Machen Sie mit, kaufen Sie ein Bild und ich sage Ihnen, Sie werden Ihre Wohnung verschönern. Machen Sie mit für die gute Sache, es lohnt sich. Öffnen Sie Ihre Herzen und, und das ist entsprechend wichtig, Ihre Portemonnaies. Kauft Bilder, es sind ganz tolle Sachen dabei. 24 Euro für ein Bild ist nicht zu teuer, ich fordere jetzt alle auf, eins zu kaufen. Kauft fleißig. Es lohnt sich, es verändert ein bisschen die Welt zum Guten. Kauft ein Bild, seid dabei, macht mit. Kaufen Sie und damit tun Sie sich und den Kindern etwas Gutes. Ich wünsche mir, dass Sie dann auch noch das Glück haben, ein wunderschönes Bild zu bekommen. Und sei es für einen zweieinhalbjährigen Kind, auch das kann sehr schön sein. Und Bankast, du! rejouerk. Jo歌, du! Joa und ich! Untertitelung des ZDF, 2020